Und damit blicken wir an diesem Montagmorgen nach Moskau zu Christoph Wanner, uns von dort aus zugeschaltet. Christoph, guten Morgen. Trump spricht also den säumigen Beitragszahlern der NATO die Unterstützung ab. Wie wird das in Russland aufgenommen? Also in Russland gehen die meisten Beobachter davon aus, dass das in erster Linie einmal Wahlkampf ist. Das, was Trump da sagt, von wegen, dass er säumige NATO-Verbündete nicht unterstützen wolle, falls Russland angreifen solle. Und ganz im Gegenteil, er werde sie die Russen sogar ermutigen, das zu tun. Das hält man natürlich hier, also wie ich gesagt habe, für Wahlkampf, um nicht zu sagen Quatsch. Weil Trump natürlich damit die Leute bedienen will in den USA, die von vornherein dafür sind, dass mehr Geld für die eigenen Belange ausgegeben wird, als das Ganze in die NATO zu pumpen oder gar in die Ukraine. Und dann kommt natürlich noch eines hinzu, das sagt auch ein russischer Politologe, Wladimir Karnilov, dass Trump natürlich den NATO-Partnern Beine machen will. Das heißt, jetzt zahlt, gebt genug Geld in die allgemeine Kasse und dann passt auch das Verhältnis und die USA fühlen sich dann eben auch nicht benutzt. Das ist der zweite Grund. Und dann kommt Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, und sagt, dass Trump durch diese Äußerungen NATO-US-Soldaten, europäische Soldaten gefährden würde. Und dann macht man sich auch darüber lustig von Seiten der Russen und sagt, ja, was denn das für eine Aussage sei, geht denn Stoltenberg davon aus, dass wir hier, die Russen, das Inkasso-Team von Trump sind und immer wieder mal alle drei Monate säumige NATO-Partner bombardieren, um denen Beine zu machen, damit die mehr bezahlen. Also absurd. Und in Russland ist man sich sicher, dass die USA auf keinen Fall die europäischen Partner hängen lassen werden, denn das hat für die USA äußerste Relevanz. Wenn es die Europäer nicht mehr gibt in diesem Bündnis, dann haben die USA ein großes Verbündetenproblem und das wird man auf keinen Fall eingehen. Das ist die Sichtweise hier in Russland, die weit verbreitet ist. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.